Silvester verbringe ich normalerweise mit meiner Frau und wenn kein Konzertpromoter fragt, ob ich Silvester spielen kann, dann feiern wir schön ruhig zu Hause. Aber in Australien, da gibt es ja auch ein wundervolles Picknick am Abend mit Blick auf die Harbour Bridge in Sydney. Da veranstalten sie ein riesiges Feuerwerk. Also das ist eigentlich einer der besten Orte der Welt an Silvester. Es ist eine der besten Plätze in der Welt für die New Year.